Hallo Rüsselsheim, hier ist Achim Weidner von Freie Wähler Rüsselsheim. Ich persönlich kandidiere auf Platz 7 unserer Liste und am 14. März diesen Jahres, das ist ein Sonntag, finden Kommunalwahlen in Hessen statt und es werden 45 Sitze für die Stadtverordnetenversammlung zu vergeben sein. Wie gesagt, wir treten als Liste an. Ich bin auf Platz 7 dieser Liste und wie ihr ja alle mitbekommen habt, findet dieser Wahlkampf nicht auf der Straße statt, in der Marktstraße oder in den Stadtteilen, sondern er wird überwiegend im Internet stattfinden und jetzt haben wir uns natürlich überlegt, wie kommen wir zusammen und deswegen haben wir hier, das seht ihr hinter uns, mit diesem gelben Banner, das ist unsere YouTube-Seite. Wir werden dort ab der kommenden Woche Livestreams organisieren. Wir kommen also zu uns, entweder direkt über WhatsApp in einem persönlichen Dialog, dann können wir offen und persönlich im Einzelgespräch uns austauschen oder wir kommen in größeren Gruppen zu Themen zusammen und wir werden sogenannte Stadthallengespräche, im Englischen heißt es Townhall-Meetings, zusammenkommen, um das eine oder andere Thema in Rüsselsheim, was bewegt, zu diskutieren. Wir haben Abstand genommen vor Programmlyrik, die am Schluss keiner liest, die dann sowieso von der Wirklichkeit überholt werden. Wir sind dabei, einzelne Leitgedanken, Leitsätze für die Arbeit 2021 bis 2026 zu formulieren. Da gehört unter anderem die Absicht dazu, dass die Stadtverordnetenversammlung ein Votum abgibt, ein klares Votum, dass frei werdende Opel-Werksflächen von der Stadt Rüsselsheim beplant werden, entweder übernommen oder in sonstigen Formen einer Beteiligung für die Zukunft erschlossen werden. Denn wir müssen davon ausgehen oder müssen planen in Zeiträumen von zehn Jahren, müssen fragen, was wird in 20 Jahren sein, damit wir unsere Stadt in einer wandelnden Zeit sich umstellen. Und das sind Themen, die wir in unserem Live-Kanal ab kommender Woche im Individualgespräch, wo auch ein bisschen vertraulich ausgetauscht wird und natürlich auch in Townhall- oder Stadthallengespräche hier auf unserem YouTube-Kanal bei den Freien Wählern Rüsselsheim. Das war Achim Weidner. Schönen Abend und wir sehen uns im Internet.